Heute schauen wir mal, was man mit dem Stumpfen Husqvarna 55 und 2 alles noch schneiden kann. Der ist stumpf. Aber wir müssen trotzdem weitergehen. Jetzt werden sich wieder alle aufregen. Warum schneit der wieder Stumpfen, sehe ich. Sohn. 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 Das war's. Das war's. Das ist ein bisschen mehr Kraft. Aber ist faul. Siehst du? Ja. Sieht es von außen eigentlich nicht. Sieht es von außen 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 nicht. Aber es ist faul. Sieht es von außen nicht. 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 Ich mag es bei mir. Ich will nicht. So. Makito-Akku, beste Kombination, drückt, hole ich an und kann es hinzuschmeißen, weil es guckt es gar nicht, weißt du schon. Akku wertvoller als das Gerät. Akkus sind natürlich wertvoll, aber die halten schon her. Wenn wir es scharf machen, weil ich es ablenken brauche ich scharfer, sonst zieht es. Bok, masakit. Bok, masakit. Bok, masakit. Bok, masakit. Nichts gescheites, halt ein paar Fixlängen und Brennholz und Hackschnitzerware, Hackschnitzerware habe ich schon runtergefallen. Und Brennholz und Fixlängen lade ich jetzt noch auf. Und da könnt ihr ein bisschen zuschauen, werde ich schon. Ja. Dann seht ihr mal bei dem Ablauf. Dann werden wir wieder angeschnitten. Und dann wird es gleich umgefahren. Meistens. Das liegt meistens nicht lang. Fernsteuerung, da habe ich aber auch verlängert auf der Lade. Weil ich habe ja bloß drin, ich habe ja nicht den Knüppel da dran. Das ist ja für den Frontlader. Rückgebäude. Fernsteuerung, da habe ich da her. Ich habe auch keinen Drehbahnsitz. Ich werde heute einmal haben, aber ich habe alles keine Zeit zum Einbauen. Und ich glaube, ich habe auch zu wenig Platz hin. Bis dass mich ich da umdrehe mit dem Sitz, habe ich schon wieder drei Stunden aufgeladen. Ich glaube, ich brauche gar keinen Drehbahnsitz. Ich brauche ihn nicht. Weil dann musst du umsetzen. Und dann musst du dann irgendwann, wenn du dann so hockst, musst du dann so zurück in Gange du und so weiter, dass du halt fahren kannst beim Umsetzen. Weil immer zurückdrehen, hindrehen, zurückdrehen, hindrehen. Das kannst du vergessen. Das ist alles so krampft. Das dauert so lange. Dass ich so ein drehbarer Sitz, naja. Ich weiß nicht, ob der so viel Mehrwert bringt. Was ist das, was ich so krampft? Na ja, lass ich 12.000 kmh, Ach, die drei sauber. Hör, die drei warten. Dreh zum Sommer. 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 Es läuft schon gescheit. Schauen wir uns das Vettel noch mal an. Ich schaue allebei. Wenn ich aufgeladen habe und fahre und bin am Heimfahren, schaue ich allebei noch mal runter. Weil habe ich schon oft gehabt, dass ich einen Blacken gefahren hatte. Und dann siehst du das jetzt schon so spät, dann ist der ganze Mantel kaputt und so weiter. Wenn ich aufgeladen habe, dann die Zeit nehmen wir. Die paar Minuten, dann gehe ich noch runter. Dann schauen wir das Vettel noch mal an, ob es passt. Ob kein Reifenblatt ist. Ob ich auch so fahren kann. Bulldoch, wichtig. Reifenschrauber schaut gut aus. Keiner ist geplant. Der Vettel ist auch gut aufgegangen. Hängt keines überdrungen drüber. Passt. Schaut es euch an. Was sagt es jetzt? Passt aufgegangen? Bein, wo es aufgegangen liegt aber nichts mehr da. Was sagt es? Passt. 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 Im Eisenbach. und das ist gar nicht einmal so schlecht, wenn man nicht alle alles zugeschmissen kriegt, sondern wenn man ein bisschen kämpft und improvisiert, wenn man das Hirnkartler schaltet, das sind sowieso doch nicht mehr so gang und gäbe. Jetzt sind sie dabei vom Baum anschneiden, gut, einen Baum, da wart ihr jetzt bei einem Baum dabei, ein bisschen von 20, aber das ist ja wurscht, aber da sind wir mal gezeigt, wie die Kette ist, ich weiß nicht, normalerweise schauen da Leute zu, die wollen schon ein bisschen wissen, dass es drastlos ist, aber wenn jetzt einer zuschaut und der weiß nicht, wer auch Halt herkommt, der Baum wird angeschnitten, dann wird er da hergefahren, dann wird er da angelenkt, dann gibt es viel Abfall, der war eigentlich gar kein Abfall ist, wenn du das nicht weißt, was ich meine, dann schaust du meine anderen Videos an, weil in Holztrass gibt es nämlich keinen Abfall, dann wird das aufgeladen, dann wird das heimgefahren und dann liegt es einmal daheim dort und dann wird das angeholt zum Sägewerk gefahren, dann fährt das ins Sägewerk, dann wurschtelt der was zusammen und am Ende des Tages kommt es nach x Tag im Baumarkt an, aber das ist eigentlich bloß die halbe Mitte, bis dass wir das da so anschneiden können und so da drum liegen haben, vergehen wir jetzt einmal bei diesen Stempelern, bei diesen kleinen Schwachholz Stempelern, 40, 50 Jahre, die müssen auch gepflanzt werden, die gehen ja nicht einfach vom Boden auf, normal, also Naturverjüngung schon, aber normal gepflanzt, also Pfeuchtern ja, und 40, 50 Jahre sind die jüngert und ist so ein Schwachholz, 70 Jahre, wenn sie ein bisserl dicker sind, also das heißt, das was ich daheim in der Asche geschniehen habe, das habe ich nicht gepflanzt, nur darf man sich verstehen, diese Generation davor gepflanzt, oder vielleicht sogar Generation, Generation davor, also das heißt, Oma, Opa, so läuft die Nummer, und das ist ganz eine andere Denkweise, weil wenn heute da einer sagt, da, obwohl ich da heute irgendwas mache, das war für, in 70 Jahren, ich mache heute was, dass in 70 Jahren die Leute was davon haben. Lass euch das einmal durch den Kopf gehen. Und nur dazu weiß man nicht, wenn man heimlos macht, den Holztrass, ob es in 70 Jahren überhaupt seinen Ertrag bringt. Es ist eine Leidenschaft und eine Überzeugung, und nicht ein Geschäft. Wer es als Geschäft zieht, der arbeitet sehr auf, weil es, was das nicht beeinflussen kostet. Weil es so viel Schaden in den Holztrassen gibt, dass du, wenn du nach Rendite gehst, oh, wahnsinnig, da habe ich eine Rendite, da habe ich eine super Rendite. Wenn du nach Rendite gehst, dann höre auf, weil die Renditen sind miserabel. Nein, es geht nicht um die Rendite, das musst du immer im Hirnkästl drin einpflanzen, es geht nicht um die Rendite, es geht um die Leidenschaft, es geht darum, dass man ein Holz pflanzt, und es wachsen sieht, und dann können die Leute was weitermachen, und sagen, oh, schau dir mal die Ahorne, das war brutal, schau dir mal hier an, und dass vielleicht einer einmal ein Video macht, und sagt, oh, schau her, das hat irgendwer gepflanzt, jetzt ist das 70 Jahre her, schaut mal. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Überzeugung, das ist nicht eine Rendite. Weil wer in den Holztrassen auf der Rendite geht, der hat die Kreislaufwirtschaft nicht verstanden. Ausahmen, fertig. So, und das sind die guten Schlussworte. Ich wünsche euch was, Leute, das ist durch den Kopf, und ich wünsche euch wirklich ein wunderbares Wochenende, oder wunderbare Woche, wenn ihr das heute anschaut, das Video, bleibt gesund, schaut mal beim Onlineshop vorbei, ich würde mich freuen, wir haben wirklich super Sachen drin, und es kommen immer wieder neue Sachen rein, Leute euch überraschen. Bald kommt schon wieder was Neues, ganz was Spezielles, das gibt es auch noch gar nicht, und das ist wirklich für jeden ein Highlight. Seid gespannt, seid schmeidig und bleibt freundlich, bis zum nächsten Mal, und abonniert meinen Kanal. oben weiß chưa euch. Erstörgårdte ErRR 1,030. Unpow Immediatelyritig ist jeder Information, dies bis zu Ö ponsel 5 Minute. ig, glaube ich möglich neuer was das aber größte, Politik haben ein mehr. Da wirst du nicht verhalten, danke, ja und ich weiß, etwa das Moment Politiker. Vielen Dank.